damit willkommen zurück hier bei dsp ich habe immer alles in diese kisse reingeschmissen muss halt nur daran denken dass ich dann da vorbeikommen und mich zu spielen dann habe ich es ist keine kohle mehr das ist jetzt nicht so wild könnte unter umständen doch vielleicht noch wilder werden allerdings auch hier wieder ich habe mich ja beschweren müssen über die ressourcen okay das sind jetzt keine ressourcen die mir hier fehlen ist es halt und so ist und die mir fehlen das sind einfach ressourcen die mir momentan fehlen es ist einfach zu wenig silikon da warum ist zu wenig silikon da ich weiß es nicht halt stopp 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 was mich da noch mal ganz kurz was kommen bitte runter kann man da alles richtig eingestellt beziehungsweise hat ja auch muss er weiß dass silikon oben langsam läuft aber das ist ja jetzt kein thema könnten relativ schleunigen müssen ihre auf wegen dem orbitalen dinge da doch er hat gibt man noch mal ziehen das was dann die 20 jetzt 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 würde ich es wissen so und dann wird sich akkumulatoren meine kiste ist ja wenn wir auch wahrscheinlich gleich noch sagt ausbauen die blauen motoren da haben aber hier nichts mehr das wollte ich jetzt natürlich nicht ja herrlich herrlich wollte ich jetzt hier dann holen die noch mal und dann haben wir zwei stück drei stück dann wollte das vielleicht besser klappen da oben gleich mieter ob es hochwertig ist löse ich nicht aber weil die dinge kenne ich noch nicht die sind jetzt dann auch für mich absolutes neuland da haben wir drei stück damit könnte ich schon mal besser schlafen was ist das jetzt energie im bot relativ relevant weil so ein haufen vorhanden ist das war das gerade so an dem planeten manchmal wenn man da kann mit hat so uns dinge da hängen bleibt guck mal das normal stein so viel zu dem thema ich habe allen stein profi das schön ist hier muss ich nur die linie ist mein freund was ist ein problem mit sie liebt das ist jetzt wirklich die idee die größte schwierigkeit man hat halt so keine überwachung das ist glas und stein das ist schon mal richtig hier läuft alles so war gut okay das ist noch ein bisschen altbacken ja alles geben wir mal zu ok dann kommt man mal wieder wenn der natürlich nur voll lospflichten die dann voll sind dann geht das noch mal wäre bekomme ich jetzt da hinten überhaupt vorbei mit ihm das sind eins nein ach so stopp stopp grade ich hier mal bitteschön alles sonst irgendwie hier noch die frise jetzt soll ich sagen das können sie jetzt nicht sein 1 2 3 4 5 6 7 brauchen das ja noch mal ganz katz hier und zu wissen wie weit wir hier die bänder ziehen müssen und das kann ich mal gleich ausprobieren was passiert wenn ich schon gebäude so gezogen habe wie hier jetzt da sind jetzt keine knicker dran macht er mir die jetzt dann in wenn ich drüber gehe oder eben nicht ich liebe dieses update ja 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 passt das an sehr schön und eigentlich ja auch solange die jetzt mal alle angeschlossen sind soll es doch in ordnung sein da oben sind wir dann kupfer weit genug weg rein theoretisch könnten wir das jetzt hier anschließen könnte es noch davon gebracht werden mit den lokalen dann läuft das doch auch schon mal besser so jetzt hier die frage allerdings glaube nämlich hier wird es nämlich geschwind technisch nicht gehen erztechnisch werden wahrscheinlich auch noch nicht hinterher kommen aber okay ich bezweifle nur wenn ich jetzt hier so anbinde dass das nie also so auch nicht mit so hin und wieder immer was immer wieder versucht na komm so ein kleines ärgern ist aber dass das ja gut jetzt werden natürlich die erze nicht richtig herangebracht wurde es ist ja jetzt erst mal eine einzige mine die wir haben das natürlich auf die ganzen liegen ich erinnere mich ja herrlicher was habe ich gemacht alles so weiß du kannst du mal darüber den eingang werden wir nämlich jetzt gleich anders weit ich verwerten wie viele bände habe ich ja gottse dank genügend oder da die deutsche die dorsten die des nicht aus muss unbedingt mit bedurten werden so ich merke schon auch gott sei dank ich habe noch planetare perfekt 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 dann erledigt sich das da hier rein theoretisch wäre in interplanetare an der stelle jetzt wesentlich sinnvoller ok das heißt wir müssen irgendwann noch mal hierher kommen und dann intelligenter weise hier in das laren denken dass wenn ich auf anderen planeten natürlich silikon finde auch hierher stecken kannst du weiterfahren gut so richtig getastet und drücken das da gemacht ja nö ich gehe von hier aus rein so die reichweite des rohs können wir uns hier definitiv alles nur eines nicht beschweren so ich sollte nur nicht da und die rechte maus dass sie drücken wenn ich fertig bin dann bleibt nämlich hier auch das band ein bisschen das doch egal ich will dieses wort mir sagen das wird nicht so hier rein hier rein und das geht das ist sehr schön wenn da drehen wird wahrscheinlich immer noch nicht ihn werde ich jetzt hier noch irgendwie dann brauchen wir mal ein ordentliches silikon feld noch mehr kohle als verbrauchen stein noch mehr kohle dahinten noch mehr kohle das lassen wir dafür wäre halt schön wenn es das ist sicherlich gewohnt hey ich habe willst du mich verarschen ja ohne worte definitiv das ist wenn man sich unten also ärgerlich also bevor ich das ding da jetzt dann richtig anschließt guck mal dass wir das andere teil da halt nochmal kurz abreißen ich denke das ist mit der verarbeitung eh schneller weil es uns allen die berechnen ist so ach ding fisch elend und zum augen als geht oder etwas intensiver das in menschen betrachten das würde auch die alte so bei brauchen hier auf dem planeten liegen und haufen schnell zurück so viel zu dem thema wir haben zu viel ja ich wollte ach so hatte ich nichts drin das ist doch ganz mal her aber noch zwei von den teilen da näheran komme ich nicht okay wenn wir jetzt dann halt irgendwie auf irgendein anderen planeten mal was finden wäre es nicht verkehrt da muss direkt hier her senden ich habe kein problem das war hier ziehen hier von hier vorn kriegst da raus raus aus und wieder zurück du darfst sammeln dass da willkommen ich habe keine drohenden wir jetzt ja gut okay die können wir dann später mal abgasen das ist das problem wenn wir hier sind bleiben wir doch mal hier wird es aus das geht sehr schnell so lassen und dann halt auch etwas besser bedient wenn man die so setzt so hier oben meiniges dann darf man mal ein bisschen besser ist habe ich das mit dem schlauer weiß muss ja mal lustig ist ja wenn man über so lang wie die ancheckt das spiel das das hat das ist die kreuzung mag ich zwar in dem spiel nicht ganz so sehr aber das band ist eh so schnell wir kommen nicht in der erne produzieren erst mal hier oben noch alles anschließen man das ist nicht gelangt und du sammelst das ist perfekt machst du schon die morgen ich glaube nicht dass ich gedacht habe schlauer ist jetzt denke ich allerdings vorerst auch noch nicht so über menschlich dick auf der einen seite auf der anderen seite wenn ich bis jetzt gerade mal richtig sehe nur hier sogar so machen und und hier könnten wir dann tatsächlich landen ich habe nicht mehr so viel schrift dabei einmal hier anschließen so rüber und natürlich bei uns auf alle fälle mal die er ist schon was macht das sind die dinge jetzt hier zu gut dass man nur 70 prozent aber wir sind ja gott sei dank auf einem plan auf die wir kaffee 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 mann ich müsste eine stunde zurück dass es schon machen nicht dass mich an der schule überhaupt noch mal nicht so jetzt hat kommt es mal drauf an kann ich die dinger jetzt da drüber ich meine es sind ja main change energy ich habe noch genügend jetzt gelten und der äquator das kann ich muss noch und ich bin auch nicht ach gott guck doch mal könnte da gucken ja auf die geben ich jetzt so nicht gar nicht gekommen da also ja sowas aber auch hallele äquator noch nichts äquator ist der äquator das ist der äquator die linie zu und you have built in orbital collector which can collect the resources this gas giant automatically the logistics vessel will come to pick up the cargo as long as we set these resources as interstellar demand and other sites furthermore to maintain the collector working the collected resources will be transferred er macht ja sinn dass sich die energie erst mal selber ich hätte es nicht so einfach gemacht muss ich offenbar ich sage ich hätte jetzt hier so zu laden da natürlich noch gesagt muss erholen und wie man sieht ich muss hier keine flieger rein dass das macht die ganze geschichte noch ein bisschen ein okay haben wir mal bin ich jetzt an jedem kreuzpunkt du wirst du hast von ausgesucht und uns moment okay du kommst du noch mal hier meine freundin so okay ich brauche tatsächlich hier diesen stand das geht so nicht nur über den äquator logisch ist ja auch da das gefällt sehr schön wir brauchen auch nicht so viel energie hierbei wir werden sehr 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 viele von denen brauchen sie mal einer an ich kann auch ihre aus hetero gehen und kraft das habe ich schon wieder total vergessen wirst du nicht mal wofür ich die dinge hier braucht ist ein eis ist jetzt schwierig was halt den aufbau auf und planieren weil jetzt sagt mir natürlich dann so mein bau das ist das ein theoretisch kannst du das ja das genau das sagt man ihn als macht die ganzen wir sind ja recht gut genau da komme ich aber jetzt nicht mehr ran an den ganzen schiss so und zwar könnte ich mir jetzt vorstellen dass hier ein band noch rein kommt was dann hier an den splitter geht und dann auf jeden fall wo dann theoretisiert ist dass die grafien sache priorisiert wird aus diesem feiern eis was war es jetzt hier noch mal genau feiern eis dazu würde ich dann weniger so für es verbraucht dann weniger warum die montes wenn ich fragen darf weil du keinen okay keine drohnen hast ich glaube ich habe ihn noch nicht gesagt die dürfen hier unten land immer her und kann mal irgendwo hier nicht oder hinten kinder gut darf ich hier ich habe hier oben extra auf dem planeten dass das roge händel das ja eine geschichte da in ein interstellaren reingeht den ganzen überschuss darf er dann verarbeiten das heißt der darf jetzt der darf hier gerade eben hattest du noch null ja klar weil ich immer noch eins zu weit bin weil der da hier ist okay so also er kann jetzt auch anfragen dann macht natürlich die line hier drüben gar keinen sinn blöderweise ich halt einfach nicht sagen kann hier in dem spiel bitte also kann schon ich müsste jetzt das band da irgendwie rumlegen müsste halt die seiten und sagen hier priorisieren diesen eingang auf der anderen seite was soll das das ist auch in ordnung so das heißt das weg und dann schauen wir mal das was nächste mal auf alle fälle die linsen jetzt endlich irgendwie ihn kriegen naja was heißt irgendwie genau das ist ja das ist ja dass wir alles was nicht wie auf dem planet ist ansonsten welche sauer 2800 jetzt schon noch ganz vergangen um sich über 30 minuten und das heißt wir sind schon wieder am ende eines abends angekommen das heißt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal